Oh, wie geil. Du wirst wahrscheinlich auch voll Schreck gegen den Fernseher werfen. Und dann klebt da so deine Mortadella. Wird doch voll Hammer. Danke! Titte, äh, bitte. Ich kau wieder. Schön ein Abkauen. Ich geh jetzt. Oder? Ich geh jetzt. Komm. Oder? Mhm. Wirklich? Nee. Nee? Wie nee? Warte kurz. Okay. Alter, mein Herr, sie haben ... Aha! Boah! Du hast mich gerettet! Weibliche Intuition von Tanja. Oh, ich hasse dieses Format so sehr. Mhm. Das ist das Schlimmste, was wir haben. Ich mag Intulent Talk. Guck. Da passiert nichts. Da sitz ich einfach nur und erzähl. Das ist hier Qual. Jeden Freitag. Ich will gar nicht wissen, was wir danach spielen. Outlast, hab ich gehört. Boah, nee. Wünschen sich die Leute. Wenn ich viel wünsche, wünsche ich mir auch Dinge. Wenn ich immer wüsste. Soll ich mal aufzählen, was ich mir alles wünsche? Aber bei Outlast würde ich lieber wieder da hinten sitzen als hier. Mhm. Muss ich sagen. Musst du sagen. Trau ich mich jetzt? Mhm. Ich glaub das nicht. Der Park. Nee, das war ein Reinfall, Mann. Das ist weg. Das war gut. Das hat mich alles irritiert. Dieser Grafik-Bug. Und dann. Mhm. Ah. Tja. Mhm. Hm? Nee, danke. Gar nicht. Ich kann das Nest zerstören. Okay, ein bisschen mehr Spielsound. Ich kann alle Kerne einschalten. Überlasten. Und dann eine Reaktorsäuberung einleiten. Alles hier unten wird dadurch zerstört werden. Leute, habt ihr uns gehört? Ein bisschen mehr Spielsound? Spielsound wär Hammer. Danke. Du brauchst deinen komischen Bolzenderfer wieder. Ja, fuck. Oh, ich soll ihn nach rechts und links. Wenn ich sie abkopple und das System entlade, wird das Nest dadurch zerstört. Ich hab keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Halten Sie sich einfach gut fest. Wow. Was genau ist meine Mission? Den Beta-Kern überladen. Die Reaktor-Wartung ist nicht mehr sicher. Zerstören Sie sie. Ich muss beide Kerne überladen, links rechts. Wahrscheinlich hat er nicht gesehen. Werner in uns fällt jetzt zufolge? Irgendwo mag dich jemand. Da, ja. Ja gut, dann haben wir den selben Weg vor uns. Sollen wir uns den erst holen? Bevor wir uns den Weg abschneiden. Ist nicht schön. Heilholing Mikami. Wir holen uns den erst, ne? Welchen denn dahinter? Na ja, die kommen nämlich zu Meeren. Oh Gott! Boah, da ist der ganze Gang! Geh dahin. Da ist der ganze Gang, Alter! Die ganze Familie. Aber jetzt, da von links kommt auch einer. Lade ihn voll auf! Oh ne, komm! Sehr gut! Okay, gönn's dir. Überlad ihn. Hä? Lade ihn nicht! Achso, nur einen! Da hinten jetzt! Wie viele sind das denn? Ja, ne ganze Menge sind das, Wadi! Millionen! Mindestens, wenn nicht sogar mehr. Oh, leck mich! Was ist das für ne Scheiße? Ah! Wie machst du das? Mit Eingabe bestätigen. Die kommen. Hast du das schon mal gemacht? Nein! Ich glaub, du musst ... okay, pass auf. Was? Es ist was anderes. Es ist was anderes als eben. Ich versteh das nicht! Okay, noch mal. War das getan? Nein, ich glaub nicht. Hauptsache, Isolated Alien Mama ist jetzt in der Nerdstar Family. Nicht rennen, ich hör sie schon. Oh Gott! Oh Gott! Wir nehmen die einfach auseinander. Die kriegen wir doch hin. Wir haben nur noch ein Munition-Ding dafür, ne? Oh oh! Oh shit! Ich erschenke. Oh Gott! Oh nein, nein. So, können wir das mal raffen jetzt? Ich dachte, du musst das bei dem Weißen. Ah, okay. Einmal deaktivieren beim Weißen. Warte, warte, warte. Kommt. Deaktiviert. Deaktiviert. Ja. Teamarbeit! Noch einen. Warte mal kurz dabei. Jetzt ist der. Ja? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Fücken Sie die passende Tassenbewegung. Ah, okay. Ich sehe es. Okay? Ah. Ja, okay. Das ist einfach. Aber laden Sie den Alphaschall. Wo ist das? Da hinten hin? Das ist ja rechts. Oh Gott. Kann man den mit dem Flamme einfach ein bisschen ran nehmen? Wollen wir jetzt? Oh, wir haben für den Bolzen Kälte oder was? Ja. Und links raus? Links? Ja. Ich glaube, weil ich es eben verkackt habe, ist das jetzt. Muss ich es nochmal machen. Aber wir haben ziemlich alle umgeliebt. Ja. Richten Sie Ventile mit nach links und nach rechts aus. Ach so. Nur anderswo? Oder gleich? Gleich vielleicht. Scheiße. Hauptsache, wir sind heftig dumm. Okay. Okay. Haben wir? Nein! Ah! Haben wir? Und? Easy! Easy! Wegwürdig? Was machen Sie da? Wer sagt das? Wo ist der? Da hinten. Da hinten. Komm, Leute. Was müssen wir jetzt machen? Da rechts, okay. Ja, okay. Nein, wollen wir nicht. Wollte ich nur noch. Sicherheitskopf hier rumgefahren. Jetzt sind wir langgefahren. Schöne Grüße, Jadjabben. Ja. Wir haben ... Wir haben ... Wir haben einen geilen Herbstab-Pulli. Das ist cool. Hä? Da hin müssen wir jetzt. Oh. Dieses Spiel macht mich fertig, ey. Immer von links nach rechts und wieder zurück und dann wieder hin. Das ist, glaub ich, der Sinn der Sache, dass es dich fertig macht. Digga, die hat ein Malbuch für dich. Super. Da freut man sich doch drüber. Ah, okay. Oh. Warum brennt der jetzt noch einmal? Oh Gott. Okay, die geben da um. Das ist gut. Ah. Ich hab den jetzt verschossen. Einfach so. Warum brennen die alle? Die haben wenig Feuer gefahren. Die sind vielleicht. Ach, war die gerade so? Nicht, dass sie mich auch erwischen? Das wär ärgerlich. Ja, das wollte ich nicht. Bist du jetzt schon zu weit gerannt? Nee. Nee. Okay. Ah, jetzt kann man da rein. Hallo. Türe zu, Mann. Wir sind da. Was sollen wir machen? Säubern von Reaktion. Säubern von Reaktion. Säubern von Reaktorsteuerung eingeleitet. Säubern von Reaktion. Säubern von Reaktion. Häubern von Reaktion. stewart. �ämlich lieutenant fork mit einem Monat anzeigen Peter und Galilei. The ghost is the The most worthless. Ah. Okay. Komisch. Sollen wir noch mal? Es ist eingeleitet, steht da. Gucken wir, was passiert. Oh je. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Eine Beständigung von Kontrollstation Gamma. An alle synthetischen und nicht-synthetischen Lebensformen bitte Heiz absteigen. Belegungsmelder? Ah ja. Gute Idee eigentlich gewesen. Ach, hier musst du das vielleicht? Ja, hier muss ich das tun. Legen Sie die Sorgung genau. Bitte was? Perch. Ich werde jetzt das Nest beseitigen. Halten Sie sich gut fest. Okay. Ah. Leite sie ein. Uh. Das wäre heftig, wenn wir nicht hart töten würden. Das wäre Rache für die ganzen Male, wo die dich erschreckt haben. Boah, das ist cool. Wie das Wasser an die Schank ist. Oh, da ist es gerade hochgesprungen. Ja, da ist alles von ehrlich. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn. Oh Gott. Oh Gott. Kannst du da wo hin? Schrank? Ist hier ein Schrank? Ein Stück wird gehalten auf Omega. Mehrere nicht gemeldete Lebensformen auf Sebastian. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da sind immer noch welche auf der Station. Mist. Es tut mir leid, Ricardo. Kommen Sie einfach zum Marshall-Büro zurück. Kommen Sie zum Marshall-Büro zurück. Wo ist das? Kriegen wir ein bisschen mehr Spiel-Sound? Ein bisschen? Das wäre ultra-sweet. Wie weit ist das Marshall-Büro entfernt, Massi? Ich glaube nicht, dass es um die Ecke ist. Oh nein. Oh Gott. Wirklich? Können wir ein bisschen leiser sein, bitte? Oh, Speicherstation. Oh, mein Knie hat geknackt. Oh, fuck, ey. Das war heftig. Aber ich bin sehr stolz auf dich. Okay, in welchem Scheiß-Transitstation? Gehen Sie zur Maschinenraum-Transitstation. Was steht da? Corby... Cristobal. Ist egal welche? Steht das hier? Sky im Tower? Wo geht's da hin? Service? Sowas? Nein. 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 Hä? Hä? Wo sollen wir hin? Maschinenraum. Zentraler Reaktor. Warum sollen wir jetzt zu zwei verschiedene Sachen? Wahrscheinlich ist das das erste Ziel. Das erste Ziel. Gehen Sie zum Maschinenraum. Nein, das sieht nicht so aus wie Maschinenraum. Service auf wahrscheinlich, ne? Aber der ist kaputt. Ja, was ist denn offen? Wo kann man überhaupt rein? Da kann man rein. Da kann man rein. Ist das falsch? Wisst ihr, was ist los? Machen wir hier gerade Murks? Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitreisende. Interessen Sie keinen Abfall. Es kommt keiner mit, keine Sorge. Schon oft gedacht, dass keiner kommt. Der ist noch kein Schrank zum Verstecken. Wie laut das ist. Müssen wir jetzt echt mit dem Ding fahren? Mach auf, Mensch! Bist du immer so, wenn du Bahn fährst? Es scheint richtig gewesen zu sein. Errungenschaft reich schaltet, Schalter umgelegt. Hast du gut gemacht. Das Errungenschaft. Ein Schluck O-Saft. Auf jeden, den haben wir uns verdient. Genieße Sie nicht zu lange. Auf keinen Fall. Ich bin in der Kartenstation. Haben Sie die Kommunikationszentrale erreicht? Ich bin zu spät. Herr Pogba hat sich von der Reaktor-Sauburg erholt und externe Kommunikationswege erneut gesperrt. Verdammt. Warum haben Sie mich dann hierher geschickt? Bevor ich los bin, haben die Systeme ein sich nählendes Schiff angezeigt. Ich glaube, es ist die Anisitura. Ollo hat es geschafft, die Autopiloten kurz zu senden, während die Kommunikationswege vorrühren. Ich höre es. Wir müssen zu dem Schiff. Tockt es an? Gehen Sie Richtung Ambulanzanlegestation. Es ist ein Kurzstrecken-Shuttle, aber das reicht. Verstanden. Ich wette, dass der einfach einen Alien mitnimmt und dann sterben da auch alle. Oh, Alter.